Ganz entspannt, Silber verdienen mit den ganz kleinen Fischen. Z wie Zaster. Also ran hier an die Z-Fische und rausgezogen. Ich hab mir gedacht, komm Alter, Anfang der Woche gönnt man sich einfach mal wieder schön ein paar Zettis. Einfach mal gucken, ob es da nicht ein bisschen was gibt in Richtung Zotauge. Zerbe, Zerte, Zobel und Zope, ja, die sind da. Und ja, die Rotaugen sind auch da. Ab und zu oder natürlich nebenbei auch noch die Rotaugen hier am Spot. Und ich teste einfach gerade, beziehungsweise habe gerade schon die Nacht durchgetestet. Wir haben es jetzt gerade 6 Uhr morgens und in der Nacht, ja, war es okay. Allerdings, ja, da geht halt noch mehr und deswegen hoffe ich jetzt auf den Tag. Ich bin halt gerade in der Nacht erst frisch eingeloggt und hab mir gedacht, komm Alter, wenn du schon mal am Wolchow hier bist, dann kannst du auch mal einen der klassischen Spots auf die Z-Fische, auf die sogenannten Testen. Und ja, wir schauen natürlich gleich schon mal in den Kescher rein, wie das so nach der ersten, zack, die Zope. Schön lackiert, Alter, wie so Lackschuh. Mega geil mitgenommen. Da ist sie wieder. Und raus damit. Zack. Also, gucken wir mal kurz rein. Das ist bisher das Ergebnis. Gar nicht schlecht, bin ich ganz zufrieden mit. Erster Fisch direkt eine Zope, noch eine Zope hinterher, 490 Gramm sogar. Zope, 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 Zope. Nase, Rotauge. Also, bisher kein Zobel und keine Zerte, sondern nur die Zopen. Aber auch das ist ja nicht verkehrt, die nehmen wir doch gerne mit. Und da kann man ja schon bald überlegen, ob man da nicht sogar vielleicht noch ein bisschen größer dran geht. Wobei ich halt hier gerade mit dem Zwölferhaken doch recht zufrieden bin. Aufs Set gehen wir auch natürlich gleich nochmal ein, weil ich die ein bisschen unterschiedlich zusammengebaut habe. Unterschiedliche Stärken. Was man eben schon mal sagen kann, wenn du eben selbst jetzt beim Angeln noch nicht so weit bist und noch nicht so ein geiles Setup hast. Das heißt, sagen wir mal, du bist gerade frisch Level 20 geworden und sparst gerade noch auf eine geile HSV, auf eine dicke, fette Rolle. Dann macht es hier richtig Sinn, denn hier kann man super entspannt, ohne viel Verschleiß und Reparatur kosten, mit recht günstigen Ködern konstant hier schön ein nach dem anderen rausziehen. Man hat eine gute Frequenz, es ist nicht langweilig. Man hat einfach mal einen Spot, der wieder gut läuft und vor allem, ja, man macht eben ganz gut Kohle hier mit den Zopen und es reicht eben auch ein Setup, wie eben dieses Fiederset Start. Man könnte tatsächlich auch mit den Sorentus sich hier hinstellen, denn wenn wir hier mal kurz reinschauen, das schwächste Glied in der gesamten Kette des Setups ist halt hier das Vorfach gerade. Ich verwende gerade hier ein Vorfach mit 3,2 Kilo Tragfähigkeit. Das heißt, wenn man hier mit einer Schnur von 3, 4, 5 Kilo rumsteht, ist das ausreichend oder sagen wir mal eine Hauptschnur von 5 Kilo, Vorfach von 3,2 bis sagen wir mal 4,4. Die ganz normalen gekauften Vorfächer, dann ist das hier schon richtig gut. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man die geflochtenen, zack, die nächste, die geflochtenen, dieses Vorfachsmaterial machen und verwenden kann. Das habe ich hier mal drauf. Vorfachsmaterial geflochten, auch sehr schön dünn, hat einen gewissen Tarnwert anscheinend auch. Also wird ja eher fürs Karpfenangeln verwendet und das ist das leichteste Material, was man hier verwenden kann mit immerhin 6,8 Kilo. Auch hier drauf funktioniert es tatsächlich sehr gut, also kann man gut verwenden, wenn man eben hier keinen Bock hat auf sowas. Das heißt, sowas passiert natürlich hier, das kann jetzt ein, keine Ahnung, 700 Gramm Rotauge sein oder sowas. Bisher hatte ich noch nichts Größeres auf den Köder. Den Köder, oh, sieh, ich hatte auch schon ein Kilo Rotauge, hat auch ein bisschen gezogen. Ja, aber da kannst du mal sehen, bei 3 Kilo Vorfach, was ein 300 Gramm Rotauge sich querstellen kann. Köcherfliegenlarve habe ich überall drauf, heißt also komplett auf Köcher. Hier auch noch, 12er Haken habe ich auch überall drauf. Das wäre jetzt vielleicht eine Variante, da könnte man nochmal ein bisschen dran rumspielen. Hier jetzt ein 4,4er Vorfach, das ist auch so richtig klassisch. 4,4er, Fluorocarbonvorfach, 12er Haken, Köcherfliege, zack, 20 Gramm Blei ohne Clip. Soll ich einen Clip machen? Komm, ich mache mal einen Clip. Einen Clip nur für dich. Komm. Dann weißt du Bescheid, dann fühlst du dich besser, dann hast du den Clip drin. Dann hat das Leben wieder einen Sinn. Wie kann man denn auch angeln ohne Clip? Komm, ich mache einen Clip rein. Denken wir uns einen aus. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir machen mal einen Clip. 25 Meter. Komm ich da überhaupt rein? Komm ich nicht mal rein. Okay, 21 Meter Clip. Irgendwie sowas in dem Bereich. Wird auf jeden Fall funktionieren. reinballern, gut ist. Oder eben genauso 20 Gramm Blei verwenden. Und maximal auswerfen. Gar nicht drüber nachdenken. Zack, zack. Links, rechts. Maximal auswerfen. Fertig. Passt schon. Und ab geht es. Also ihr seht, Frequenz sensationell. Wir gucken mal eben rein. Ich mache mal jetzt hier auf, ich würde sagen, auf die 30 Minuten obligatorisch voll. Wobei man eben bedenken muss, das war hier die Nachtzeit. Und tendenziell ist es ja dann doch so, dass gerade so in den Morgenstunden und so, dass es dann noch ein bisschen mehr abgeht hier. Genau, zwischendurch ein bisschen zuppeln. Zwischendurch immer auch mal schaufeln. Nicht vergessen, wenn man hier schon so rumsteht, dann noch mal ein Schlückchen trinken und weiter geht's. Jawohl, so geht das. Ja, so soll das sein. Wie gesagt, ich mache die halbe Stunde mal voll und dann gucken wir natürlich mal in den Kescher. Und natürlich in die einzelnen Fische rein, was die so für Werte erzielen. Die halbe Stunde ist rum und wir schauen natürlich jetzt mal in den Kescher rein, wie das Ergebnis war. Schauen wir mal in Gänze. Haben wir also 36 Fische hier. Passt also wirklich ganz gut. 36 Brocken gefangen, quasi pro Minute ein Fisch. Und das, wo die Hälfte tatsächlich noch die Nachtzeit war. Aber auch die Nacht- oder Abendstunden waren gar nicht verkehrt. Denn da sind einige Zopen halt mit reingeballert. Sortieren wir mal eben nach dem Preis. Und da sehen wir natürlich schon, warum diese Fische so übelst ergiebig sind. Einfach mal schön auf Z-Fische gehen. 31 Silber für so eine Zope. 22, aber auch mit 9 oder 8 Silber ist das doch richtig gut. Und auch die ollen Rotaugen sind gar nicht verkehrt. Wenn wir hier schauen, von knapp 5 Silber die Preise. 3, 3, 3, 2, 2, 2. Dafür, dass die Frequenz so gut ist, kann man doch auch einfach mal die Rotaugen mitnehmen. In Gänze jetzt in einer halben Stunde knapp 160 Silber gemacht. Ich habe noch gar nicht ins Café reingeschaut. Vielleicht ist da ja auch noch ein bisschen was drin. Und dann lohnt sich das doch hier. Wenn man mal auf entspannt hier ein bisschen was rausziehen möchte, kann man das gerne machen. Sollte der Spot irgendwann mal nicht funktionieren, es gibt noch weitere Spots, die klassisch für die Z-Fische sich eignen. Ich habe auch verschiedene Videos schon auf dem Kanal zu den Z-Fischen. Da einfach mal nachgucken. Auch in dem Titel wird ja wieder Z-Fisch drin stehen. Aber was eben auch noch funktioniert, wäre, hier waren wir ja gerade an der Stelle. Das ist die Position. Dann wäre das hier natürlich nochmal eine Möglichkeit. Hier hinwerfen in diese Vertiefung. Dann kann man hier oben an dem Anleger sich hinstellen für die Z-Fische. Oder eben zum Beispiel auch hier hin. Das einfach mal nur noch ein paar weitere Stellen. Hier wäre auch nochmal eine Möglichkeit, wo man dann auf die Z-Fische geht. Und von den Ködern eben ganz klassisch, wie gerade auch schon verwendet. Dass man dann auf Köcherfliege geht, auf Borkenkäfer geht, Kasta, Made. Das sind so die klassischen, manchmal sogar auch die Seealge. Aber ich sage mal, die sind so die günstigeren Köder, die wir natürlich verwenden wollen, um gut Kohle zu machen. Petri-Ellümmels, wenn das Ganze geholfen hat, gerne die Glocke reinballern für den Kanal. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.